ja was denn ich hab gedacht die wand geht kaputt aber nicht die wo ich mich hingestellt habe scheiße dreckig mit schank ist die fünf wenn ich sein jeweils geht doch so gibt hier irgendwo was in den lagerboxen zwei verkohlte junkies weichern erst mal musik das kann nicht gut sein ich kann aber nicht zirn mehr ob das zirn verdient ist für die zwei hat es gereicht zwei schon wir brauchen dringend Pan-Killer ganz dringend ja ein Telefon, Pan-Killer, wirklich ein Telefon in der Eingangshalle läutete ein altes Telefon es hätte ein Junkie sein können, der seinen fix brauchte aber es stellte sich heraus, dass es sehr viel bedrohlicher war spreche ich mit Mr. Pan wer will das wissen? mein Name ist Alfred Budden Sie müssen sich beeilen die Polizei ist auf dem Weg sagen Sie mir was Neues die wissen, dass sie dort sind wie? und was geht Sie das an? ich werde mich wieder mit Ihnen in Verbindung geben ok die Cops trafen an die Sirenen heuten in der autonalen Harmonie eines Chors manisch-depressiver wir blieben nur ein paar Minuten bis das Rod-Team die übliche Routine erledigt hatte sobald sie richtig loslegen würden musste ich weit weg sein Max Payne hier spricht Dacken-Hü-Chief Jim Brabura vom NYPD lassen Sie Ihre Matten fallen und kommen Sie mit erobenen Händen raus ähm scheiße ach 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 Telefonat nochmal hier ach komm na was du sollst dich nicht im kreis rollern ja du sollst slowmo anmachen kollega kollegam Äh, wo sind die hin? Ah, komm schon! Steht der an der anderen Ecke? Ah. Hihi, hallo. Äh, Leute? Das riecht ein bisschen nach verbrannten Assi. Ich brauchte einen Schlüssel, um durch die verschlossene Tür zu gehören. Ja, das meiste ist so, lieber Max. So, was haben wir hier Schönes? Da kommen wir weiter. Oh, sehr schön. Da hat einen Brief auf der Theke liegen. Auf dem Egal lag ein Schlüssel. Schlüssel? Treppenhausschlüssel. Ah, Pinkeller. Ja. Plötzlich ergab alles einen Sinn. Die Bomben, der Boss der Russen-Mafia, der persönlich auftauchte. Konjeti war wie immer im Höchstform. Alles nur heiße Luft. Nach unserem Schlag bleiben dem Russen nicht sehr viele Männer und die sind käuflich. Völlig ausgeschlossen, dass er danach auch den Mumm hat, große Töne zu spucken. Wie sich herausstellte, hatte der Russe ziemlich viel Mumm. Auf eine Sache konnte man sich verlassen. Treibe einen Mann in die Ecke und der schlägt früher oder später zurück. Team Leib, der ist die letzte Warnung. Ergeben Sie sich, oder bitte... Wenn ich das nicht lese, kommen die dann nicht rein? Das wäre ein bisschen doof, hier lang zu gehen, würde ich behaupten. Ach, oh komm schon, scheiß'n Dreck. Ach, geh auf hier. Deine Autos ist egal, lag ein Schuss. Fuck. Ah, speichern. Nachladen. Ah, das kann doch nie wahr sein. Ist er fast tot, ey. Ja, komm schon. Ah, noch. Unglaublich. Probieren wir uns mal damit. 25 Schuss. Überlass'ung. Speichern. Ja, Leute. Jetzt macht doch nicht sowas. Ihr tut euch bloß weh. Boah, sehr geil. Boah, sehr geil. Sehr geil. Sehr geil. Ich muss auch noch zwei über. Ach, komm schon. Nee, das können wir auch. Jo, geht doch. Jetzt gibst du mir mal die. Ach, nein. Meine Güte. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja. Der wird ja immer besser hier. Schluss mit lustig jetzt. Meine Güte. Sind aber penetrant heute hier. Speichern ist ja wirklich echt wichtig. Aber wo speichern? Ich hoffe, er speichert wirklich. Ich hoffe es einfach. Ah gut, das Spiel möchte als Admin gestoppt werden. Also möchte Admin rechte. Sollte es wirklich speichern. Häps. Wo, 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 wo. Leute. Knarre wollte ich gar nicht. Eigentlich dachte ich habe meine Pumpe in der Hand hier. Können Sie gucken? Nein. Ich muss mal, ähm. Und zwar habe ich das vorhin in den Optionen gesehen. Steuerung. Oder? Ähm. Wo war denn das? Hm. Spieldauer. Ähm. Automatisch am Waffenwechsel. Den mal ausmachen. Ähm. Genau. So, jetzt haben wir nämlich auch die Ware in der Hand, die wir wirklich wollen. Oh, da gibt es hier ein paar Pain-Killer. Das hat Egemonie. Auch nicht schlecht. Das haben wir da. Oh, haben wir schon wieder gut was zusammen. Das ist sehr schön. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Wir müssen uns rein scannen. Kapitel 6 Angst der Leitflüge. Ja, komm schon! Amaya, sonst nichts! Was ist das? Was halten die denn aus? Meine Güte, ey. Scheiß Junkies. Auch ein bisschen kontrovers, ne? Der kleine Max hier auf der Suche nach dem Boss, der die Drohgewalt Kyure in der Stadt verbreitet, sich ein Schmerzmittel nach der anderen reinzieht. Ich hab doch vor uns die Schlüssel eingesammelt. Ach ne, der war ja fürs Treppenhaus, ne? Ich hab jetzt Ball. Hä, wer hat jetzt? Drop off self service. Luigi's Laundry make you, was ihr Clothes shine? Ja, ich dachte eine Pizzeria. Aber das wird die, äh, der, der, welches, der, äh, Waschsalon sein, den wir vor uns gesehen hatten. Auf der anderen Straßenseite. Hier geht's rein. Den müssen wir dann bestimmt rüber. Na gut, na gut, na gut. Retter und Schrottflinte sind wieder voll. Ach, mach ne mal. Nicht so viel Leben verlieren, ja? Wir haben drei Kanaten. Ja, 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 das hast du schon erzählt, Kollege. So, kommt jetzt der Sound, wenn ich hier zur Tür gehe? Pizza Service. Hab dich noch nie gesehen. Verpiss dich, du Witzball. Ach so, deswegen hat er Pizza Service gesagt. Er wollte sich durch einen neckischen kleinen Trick durch die Tür mogeln. Ähm. Ja. Ähm. Was denn? Wir könnten... Wir könnten mich nicht rufen. Ja? Und dann... Mö. Einfach dumm rumliegen. Ja. Hab ich... ein faules Puck. Ich gewundert, dass euer Chef euch nicht leiden kann, nee. Hast du was zu sehen? Nein. Ja. Hallo, Nalan. Ah, puh nicht so rum. Scheiß Junkie. Hier. Ich bin gleich mal... Äh, da kann man nichts aufmachen. Ähm. Jetzt wahrscheinlich hier lang. Jawoll. Ich will nicht. Kennst du die Clowns im Weichsalon? Ich? Nein. Dann nützt du mir gar nichts. Was? Nein. Der Waschsalon. Ja, ich kenne sie. Ja, ja. Bring mich da rein. Okay, okay. Oh. Ich weiß nicht, wann wir gespeichert haben. Ich freue mich, ob wir den dazu kriegen, aus dem Fenster zu fliegen. Das muss ich jetzt probieren. Äh. Ah ja, gut. Immer sinnvoll in der Stelle gespeichert. Nein. Ich will schießen. Ich bin ich. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, falsche Tasse. Dann nützt mir gar nichts. Was? Nein, der Waschsalon. Ja, ich kenne sie. Ja, ja. Bring mich da rein. Okay, okay. Nö, ist das ja Chunky. Okay. Hihihi. So. Äh. Mal speichern. Da. Da liegt er. Da liegt er. Mal atmen. Nehmen wir dafür gedankt, dass wir uns so schnell da unten geholfen haben. Baitkiller. Und Munition für die Diegel. Richtig nice. So. Höf ich mal, dass hier keiner uns entgegenkommt. Ne. Sind nicht da so. Sind nicht da raus. Komm. Scheiß. Ratten. Überall Ratten. Der Einzige, den wir erschießen natürlich, der der uns reingelassen hat. Eh. Geschenk. Uh. Munition für die Dessert. Igel. Uh. Katten gespielt. Die Drecksäcke. Ich will ja nichts sagen. Die haben alle dasselbe Blatt. Ne. Ne. Ich glaub da wird geschummelt. Ne. Ach. Kommt schon. Luigi's Laundry. Prices. Extra kostet 7,99. Super kostet 8,99. Soft 6,99. Und sauber. Ja. Sauber. In ner Welcherei kostet 10,99. Ne. 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 Das heißt du musst 11 Euro ausgeben. Sonst ist es immer dreckig. Nehmen wir noch einmal Painkiller. Na ja. So finden wir auch gerade 2. Ja. Komm. Joa. Wie kann ich ihnen helfen. Joa. Äh. Wenn sie ihre Welches sauber wollen. Kostas 11. Äh. 10,99. Ist im Sonderangebot gerade. Äh. Sie können natürlich auch äh. Für 8,99. Können sie ihre Welches äh. Super haben. Aber immer noch dreckig. Ja. Ja. Noises. Responsibility for lost and stolen. Versteht er? Property. Würde ich sagen. Ja. Paarstuhlmucke. Du 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 du. Haha. Die erlautsch von hier. Das ist so cool. Hier kann man auch was wir vor uns hatten. Hier kann man auch was wir vor uns hatten. Hier kann man den den Quash sehen. Ja. Hier wurde ausgecuttet. Ja. Und dann steht natürlich hier. Uh. Ja. Dann kann man es auch gerade hier oben stehen sehen. Ich bin froh dass es überhaupt ordentlich läuft. Habe ich gesagt. Ja das ist schon ganzen ticken älter das spiel. Ach komm schon. Ich wollte ihn überraschen. Ohne David. So. Haben wir hier schönes. Barretta Muni. Wasch mal ab Junge ey. Was ist denn das aus. Ja geht gleich los. Immer pinkeln. So. Die Tür wieder zu machen. Nein. Ja warte. Geht los. New York City befindet sich heute Abend in einer Krise. Ein Walkier-Wangenkrieg tobt in den Straßen der Bronx. Anscheinend führt Max Payne, der in Verbindung mit dem Mord an einem DEA Special Agent am frühen Abend als dringend tatverdächtig ist, einen Ein-Mann-Krieg gegen seine früheren Komplizen. Unter den vierjährigen Opfern befindet sich neben den berüchtigsten Maceo Di Joey und Virgilio Finito unter anderem Rico Muerte, der als Verdächtiger in mehreren Mordfällen im Bereich Chicago ebenfalls auf der Flucht war. Das NYPD wurde in Alarmbereitschaft versetzt. In der Stadt wurde eine Großverhandlung nach Max Payne eingeleitet. Deputy Chief Jim Rahura versprach alles zu tun, um ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen. Welche Maßnahmen ergriffen werden, ist noch nicht bekannt. Hier ist Kira Silver für MYCNM TV News. Ja welche Maßnahmen? Die sind hier mit dem SWAT angerückt. Ne? Ah, wir sind mit dem zurückgestielten Brust vorne weg durchs Fenster gesprungen. Aber ich muss sagen, ich bin grad ein klein wenig enttäuscht. Wir erfahren sehr wenig oder bis jetzt haben wir nach nichts darüber erfahren, wer das nun explizit war. Max, du musst das Zielen noch ein bisschen üben hier. Geht viel daneben. Gefällt mir so überhaupt nicht, was du hier veranstalterst. Nein! Jetzt muss ich laden. Das will ich sehen. Ich muss auch gleich ein bisschen vorsichtiger durchs Fenster gehen. Das ist der letzte Ort, an dem ich landen will. Aber irgendwie komme ich immer dorthin. Nur bin ich es nicht, der dort mit dem pinkfarbenen Flamingo spricht. Sondern jemand, der genauso aussieht. Das sind es gleich wie die Frage. Nur, dass die Böse ist. Ich verstecke mich im Dunkeln. Beobachten Sie, der Flamingo spricht. Hier kann er sprechen. Er sagt, das heißt, Spiegel sind viel spaßiger als Fernsehen. Irgendwie kommt mir das alles bekannt vor. Frage mich nur, woher. Und nicht ist es nicht dich, aber mein Doppelgänger fällt. Nicke und glänze dazu, als wäre es die komplette Sache der Welt. Und dann geht es verschieb, und plötzlich wissen wir, dass ich mich hinter Ihnen verstecke. Beide drehen sich um und schaut mich in den kalten Augen an. Und der Flamingo spricht erneut. Anfeuerung, ich werde jetzt alle, äh, ich habe keine Ahnung, was das betrifft wird. An diesem Punkt mache ich immer von meinem eigenen Schrei auf in diesem hell erleuchteten weißen Krankenzimmer in ein Fest des Fessels. Was, was zieht der sich hier rein? Oh, das hat ja spitze funktioniert. Scheiße. Ah, die Granaten haben, keine mehr. Ja. Ja, habt ihr jetzt davon, na, wenn ihr so ein scheiß im Fernsehen reinzieht. War die Klotze aus jetzt, ey. Mach aus, habe ich gesagt. Ach, er putzt mal, ey. Ist ja übel, ja. Hier geht scheinbar weiter. Hier ist zu. Ich bin auch, glaube ich, von den drüben gekommen. Was haben wir hier getan haben, zu zweit. Munition in den Schrank versteckt. Aber, sagen wir hier schönes. Ich kann mir, glaube ich, runter zur Polizei gucken, oder? Jetzt sehen wir aber leider nicht. Schade, 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 schade. So, dann geht es hier weiter. Ein Treppenhaus wieder zerstört. Dann haben wir hier so einen Junkie. Da kommen wir bestimmt nicht rüber, oder? Ja, weiter warten. Gut dann. Hä? Idioten. Was für Idioten. Ähm, ja. Geht klar. Das ist gut gemacht. Gut gemacht. Ja, erst mal eine Cola. Ach, wieder keiner. Cola Light. Oder Zero, besser gesagt. Ihhh. So. All um jetzt. Schluss mit lustig. Und dann waren das bestimmt die Affen, die wir hier gehört haben. Äh, hallo? Bist ein verpackt, Kollege? Ja, ich aber auch. Meine Güte. Mir läuft schon wieder die Nase. Das heißt, ich muss erstmal speichern. Und. Mikrofon ausmachen. Yes. Und. Nein. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020